Hallo liebe Leute, wir machen heute mal eine ganz kleine Zwischenaufnahme und zwar, weil jemand mich reporten möchte, weil ich cheate und das ist jetzt so ein kleines Beweisvideo, was ich mache. Micha kann vielleicht auch noch mit aufnehmen, falls meine Aufnahme kaputt geht. Äh, ja. Kann ich nicht, weil ich sie starten habe. Oh, egal. Schade, naja gut. Jetzt sieht man gerade, wie er mich gekillt hat. Ich hätte ja... Aber kannst du nicht... Dein Gottmutter nicht einschalten. Ja, Entschuldigung. So, jetzt machen sie G und würde ich cheaten, ganz ehrlich, liebe Leute, wäre ich doch besser oder nicht? Ich meine, der hätte doch niemals G machen können. Ne. Wir müssen nach H. Ja, wir machen das. Ähm, weil wir cheaten, können wir natürlich auch fliegen. Wir werden hier gerade ein bisschen massakriert. Ja. Okay. Go ahead! So. Ja, man sieht, äh, und zwar, weil ich so viele Sheets anhabe, leckt das auch bei mir. Das liegt genau an den Sheets. Und nicht an irgendwie meiner schlechten Verbindung, weil ich gerade... Lass das denn im Server wahrscheinlich... Genau, deswegen. Also, Cheater haben auch immer eine Ping von 999. Zumindest war das damals bei Call of Duty so. ...dass man sowas leicht identifizieren konnte. Ja, das ist halt, weil das auch schlecht ist. Gut, das hast du dann entschieden. Weißt du, hättest du dir da noch ein bisschen besser Mühe gegeben. Ja, dann wäre das nicht passiert. Ja, würde das auch ein bisschen besser aussehen. Ist das hier im Wasser oder was ist das hier? Ja. Okay. Sie sind beide unten. Ja, sie sind beide unten, ey, ja. Ja gut. Er nennt mich ein Cheater, ich nenn ihn einen... ...taktischen Wartner. Klingt fair. Klingt fair. Ja. Jetzt, weil er Granaten noch unterschmeißen soll, wie Deppes, ne? Aber du kennst auch unsere Granaten, die... ...machen noch nichts. Ja, so, ja, stimmt. Stimmt, unsere Granaten sind ja nicht so, welche wir mit Pysch... ...pyschieren schmeißen würden. Ja, klar. Ah! Polizeieinsatz! Genau. So, jetzt werden wir hoffentlich mal ein bisschen früher da sein. Hoffentlich. Hoppala. Ach, jetzt sind wir wieder. Du bist doch deine Größe von deinem Auto. Du kannst aber... Uuuuuh. Ja, das ist eigentlich meine Autogröße, aber irgendwie... Naja, gut. So. 20 Meter. Da ist schon der Erste von uns. Also scheinbar sind wir die Ersten diesmal. Scheint auf jeden Fall so, erst mal. Am besten jeder einen Eingang irgendwie und dann... Jo. Gucken, wo sie kommen. Da kommen sie doch. Bei mir, glaube ich. Ja, bei mir ist einer. Okay. Ja, da mit dem Auto. Okay. Hast du ein Unterstützer? Jo. Philipp? Wie, wie, wie kam der denn zu deinem Eingang? Hinter, hinter dir, hinter mir ist jetzt der andere Typ reingelaufen, ne? Der blaue. Ja, dieser Typ. Ja, ich habe sie getötet und er hat mich getötet. Ja. Aber er wurde von unserem anderen getötet. Na immerhin. Also jeder tötet jeden und wir sind trotzdem mal am Gewinn. Dann Dinge gewinnen mal. Ja. Jetzt ist es lohm. Einer von uns ist ja noch da. Ist das schon mal... Ja, die anderen sind ja alle tot. Achso, alle sind... Ja, es sind doch nur zwei. Ne, drei sind es. Okay. Ich habe nichts. Hier, hier, hier... Hier ist einer bei mir. Ja, bei mir auch. Man wird schon wieder tot, eiler. Ja. Komm her, halt. Ja, ne Colby. Ne, etwas bessere. Ja, na ja. Aber unser, unser Mann hält durch. Tapfer, tapfer. Der hält durch, ja. Wir schießen sie an und er macht den, den, den einen Schuss. Genau. Läufst du hier rein? Ich laufe mal rum. Vielleicht kann ich sie von hinten. Hier ist einer bei mir. Beide sind bei mir. Ach, komm, du blöde... Oh, wir waren da so geistreich, sein Auto dahin zu stellen. Dann. Oh, hat denn ein gerdes Auto. Ja, schön in Teamarbeit getötet. Hier, bei mir. Robin. Sehr schön. Danke für dich. Ich höre, ich opfere mich heute ein bisschen hier. Ja. Du hast ein lebende Köder gespielt. Ja, du, muss auch mal sein. Aber ich habe mir auch ein bisschen mehr Leben gescheatet. Oder gehackt. Deswegen kann ich das ja auch ab. Das ist ja kein Problem. Bei mir läuft auch schon eine. Okay. Komm, wir sind hier gelaufen so ein bisschen. Vielleicht kann ich flankieren. Sehr schön. Ja, obwohl. Sehr gut geklappt. Würde ich sagen. Oh, Kanyu wurde getötet. Schnell zu J. Schnell zu J. Warst du nicht hinter mir? Ja. Hat er dich auch? Ne, ne, ne. Mich hat er nicht. Weil er macht da gerade im Fernseher. Deswegen. Schnell hin. Oh. Well, der ist down. Okay. Dann schnell aufsammeln. Wo wir jetzt zu dritt sind. Und abdüsen. Da ist einer. Er hat mich, Gott sei Dank. Ich war mal wie das Opfer. Also heute spiele ich wirklich nur das Opfer, ne? Irgendwie. Ja, man merkt. Und dieser spontanen Aufnahme, wie man das ja nennt. Kriegt ihr sie? Ja, hab sie. Du hast gleich der nächste. Oh, du Scheiße. Ja. Oh, ich glaub, mein eigener Mann hat mich hier tötet. Da hab ich rein gerannt. Ja. Was jetzt? Och, Mann. Was ist denn das heute? Ach, du lebst wieder? Achso, der andere läuft rum. Okay. Muss. Ja. Darf ich bloß nicht ins Auto einsteigen. Der steigt nur um von mir ein. Der ist mich Asch. Der nächste auch. Oh, Mann. Der ist nicht. Klauen wir uns jemanden. So, hör mal her. Schnell, schnell, schnell. Komm, steig ein, Mann. Ah, sind sie auch schon. Btev, jawoll. Warum ist der andere Typ noch? Ja, gut, dann ver... Ja, steigt mal alle aus. Okay. Ich bring das Ding alleine nach Hause. Hab den, hab den anderen nämlich aufgehalten. So, Philipp, jetzt bist du auf jeden Fall auf der Siegerstraße. Meinst du, ich mach das, sagst du? Ja, klar, wir haben alle weggemacht. Ja, sehr schön. Da kommen sie auch schon. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Ah, der hat mich natürlich, ey. Ah, ah. Ja, zu zweit waren sie. Ja, zu zweit sah. Ja. Jetzt bin ich auf einmal. Da kannst du nix tun. Ja, ich suche eigentlich auch schon nach Verstärkung, also... Das ist doch, vielleicht kannst du kommen. Ja, klar. Lass uns mal zu L gehen, dass sie uns deswegen gleich einen freudigen Erfang bereiten. Hm, äh, 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 da. Wieso seid ihr 200 Meter hinter mir? Ich hab keine Ahnung, Mann. Leute, hier nur als einziges Spawnpunkt war hier. Frag mich mal jetzt noch. Ich hab beide. Echt? Hast du beide? Ja, hab ich. Der Schlie, der hat sie. Also muss das ja auch sein, ne? Kriegst du sie? Achso, ist der andere Typ. Der andere ist das. Hast du ein Auto irgendwie? Ja. Gut, dann bleib mal da stehen. Okay. Und los. So Team Base. Wo hin? Team Base. Hinter uns. Wo ist es? Ja, ich drehe hier vorne. Taktischar. Obwohl, brauchst du nicht mal. Bleib mal die zehn Sekunden, fahr mal gerade aus. Okay. Weil wir haben das Päckchen. Boah, seh ich. Warum steckst du aus, Mann? Muss ich wieder zurückfahren. Wir haben gewonnen. Ja, aber ich muss jetzt wieder hier zurückfahren und die Leute kommen. Ja, gut, ist es halt so. So, wir haben gewonnen. Jawoll. Und nochmal über alle rüber. Oh, Mann. Also, ich mach das nicht extra. Auch wenn das so aussieht, nein. Nein. Dafür sollten wir aussteigen. Taxi. Hallo? Auto, auto, auto. Taxi? Ich weiß gar nicht, weil das jetzt so spontan war. Weiß ich gar nicht, wann ich die Aufnahme aufgenommen oder angefangen habe, eher gesagt. Keine Ahnung. Da ist ein Taxi. Taxi, ja. Das brauchen wir. Das nehmen wir gleich. Ja, ich hab dir den Arm geschossen. Ja, dann machen wir jetzt noch eine Mission, dann ist die Folge vielleicht ein bisschen länger. Ja, klar. So. Dann machen wir mal K, ne? Ach ja. Klar. Weil dann wollen wir auch was bieten, ne? Also, wir haben gut abgesangen, muss ich sagen. Ja, war doch gut. Ich hab acht Kills, aber zwölf Deaths hab ich, aber pff. Ja, genau. Wir haben genau das gleiche. Stimmt. Stimmt. Und vier Assists hast du. Ja. Ich glaube, du bist ein Cheater. Du hast den Gleichen, glaube ich. Ja. Daran liegt das wahrscheinlich. Aber, ich hab einen Punkt mehr gemacht als du. Ich weiß nicht warum, aber ich hab einen Punkt mehr. Und du hast den Ruf. Du hast 2017 und ich hab 2018. Oh, wir haben wieder die gleiche Gruppe, ne? Mit Kamo. Mit Kamo. Och, nö. Nein, mit dem Typen, der bei uns im Team war. Der gute. Achso, ja, das ist gut. Wieder auch die gleichen Gegner? Ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die gleichen Gegner da vorne. Ist ein Gegner schon? Steigt aus, das Auto brennt. Oder nicht? Bleibt drin und bleibt drin einfach. Sein Auto brennt. Ja. Was machst du denn da? Ich will ihn töten. Schiss uns gleich. Lass die ein Auto holen. Dann machen wir sie placken. Ach, scheiß drauf. Erstmal hier hin. Oh, das wäre so eine geile Position zum Verteidigen. Oder ist es eigentlich so eine geile Position? Lass uns mal rumlaufen noch. Noch weiter rumlaufen. Warte. Oh. Oh. Krasse Musik, Alter. Wie der sich noch ein zieht. Guck mal, können wir hier schön verteidigen. Guck mal, wir können sogar noch einen hochgehen hier, oder? Ja, lass uns doch noch einen hochgehen. Oder ich zumindest. Ja, geh du mal einen hoch. Aber ich muss gucken, wegen Fahrzeugen haben wir ein bisschen davon. Ist schon irgendwo ein Gegner? Und soll ein Gegner hoch so sein? Ne, das ist ein gegnerisches Fahrzeug. Ist neben dir doch. Das ist doch ein Gegnerfahrzeug. Ach so. Gut, dass er hier nicht spawnen kann. Da, da ist einer. Ja, ich merk's. Konate! Die war natürlich viel zu kurz. Ja, ein Teammitglied läuft gerade rum. Guck, der schießt jetzt sie tot. Oh, hinter mir. Irgendwie neben mir. Unter mir, unter mir. Komme. Ja, da läuft er lang. Ja. Oh Gott. Wo waren die denn alle? Hätte ich durchgeschossen. Oh, ich kann in seinem Auto respawnen. Alter, ich hab gerade zwei Leute auf einmal getötet. Oh, geil. Und lebe noch. Na, Kampf. Dann weißt du ja, wie es mir vorhin ging. Alter, bin ich gut. Einer ist hier. Mach doch. Na gut, wir haben jetzt alle Sits bekommen, so eine Art. Na, ich nicht. Ja, komm. So, einsteigen. Ja, Taxi. Ist klar. Items? Was ist Items? Achso, da ist Items. Ah, okay. Die müssen Items aufsammeln. Das heißt, wir können ja hier noch ein bisschen rumstressen. Das heißt, wir können ja hier noch ein bisschen rumstressen. So. Guck, die müssen nämlich da was aufsammeln. Dann lass uns stressen wir hier. Da ist einer. Ich lauf rum. Bleib mal hier. Unten ist einer. Unten, 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 unten. Ich bin tot. Ja, aber die Glückssträme muss natürlich irgendwann mal enden, ne? Nicht, aber nicht zu tief drin. Oh, wo denn? Oben auf dem Dach. Na toll. Ja. Dach, Hase. Na gut, so haben wir jetzt hier noch ein bisschen rumgestresst, wie er schon meinte. Ja, ich habe ja noch mal ein Assis bekommen gerade. Wir können sogar wieder hochgehen. Beim Autospawn. Die haben wir noch nicht aufgesammelt. Kannst du sagen? Ne, ne. Er stresst auch noch gut rum, der Kanu. Mhm. Na, der zieht natürlich die Zeit raus und dann haben die weniger Zeit und dann haben die halt die Rechner. Irgendwo bei E sind auch schon Gegner. Aber können die schon was machen? Ich weiß es auch nicht. Deswegen, ich begebe mich jetzt langsam zu E. Guck mal, da kommt auch schon irgendwie irgendwas hinter uns da. Ein Auto, ein fettes. Oh ja. Oh, wer hat denn mich? Scheiße, ich komme nicht über den Zaun. Mein Arsch ist so fett. Ja, man weiß manchmal nicht, wo sie herschießen. Oh mein Arsch ist es. Mein Gott. Die beiden sind auf jeden Fall schon wieder tot. Das ist schon wieder hoch. Komm, die liegt am Ecke. Ja. War nur mit seinem Krümelmonstermobil? Krümelmonstermobil? zack der nächste tot was machst du mich ja oh ja oh ja betty ist im einsatz dann komme ich da noch mal hin und fahrzeuge ich muss ich denke ich dachte schon ich warte jetzt hier wir sind rechts oben zum teil hinter uns irgendwo mit dem auto ich hab sie ich hab sie ich hab sie wieder ein assist bekommen nice ja das mit mit dem kamo das geht echt gut das ist ein guter spieler ja das ist man nicht selbst so überfordert weißt du nicht mal zwischen den autos habe ich so ein bisschen geschützt geht auch auf die brücke oben rauf aber nicht zu weit weg für die autos und weil die streut auf distanz zu weit und treffe ich ja nicht mehr auch so eine gute mitte da ist betty gut wir sind hinter dir versorgt hinter mir ja da war einer unten am pfeiler bei kanu am auto immer noch ja so roter container dahinter ist sie auch wie weit weg eine mucke und und eine schießerei ist haben wir ja aber ich gerade im ladescreen war konnte ich gut job ja schreibt kanu kam gott gott ohja ich soll ganz sagen gg mal vielleicht kann ich ihn ja zur gruppe hinzufügen ich hab level ab bei dem typ jawohl level 4 warte mal wo war denn das mal ach da so einladen kamo so und ich würde sagen für heute ist diese kleine aufnahme abgeschlossen oder beendet und wir sehen uns beim nächsten mal ne Ciao Tschüss